Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 450. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Und der Duke. Ja, servus, hallo. So, die anderen sind in sonstigen Freizeitaktivitäten, Urlaub, Arbeit, was auch immer unterwegs. Deswegen dürfen wir uns heute in kleiner Runde dann gleich über das Thema Fußball unterhalten. Aber wie sich das gehört am Anfang, möchten wir Danke sagen für die viele Unterstützung. Ich habe diesmal niemanden explizit rausgepickt, nicht weil es nicht jemanden gegeben hätte, dem es sich wahrscheinlich lohnt zu erwähnen, einfach nur aus Zeitmangel. Ich bin nicht dazu gekommen und deswegen sage ich allgemein Danke an alle die da draußen, die uns seit so langer Zeit unterstützen. Nächste Woche habe ich wieder einen Namen parat und wenn auch ihr irgendwann mal namentlich vielleicht erwähnt werden wollt, dann schaut ihr mal unter eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alles, was ihr dafür wissen müsst. So, und jetzt unterhalten wir uns über Fußball. Am Wochenende die Eintracht gegen Köln. Ja, und steigen wir doch gleich mal ein. An mangelnder Kopfsache hat es in dem Spiel definitiv nicht gefehlt, zumindest nicht so viele Kopfverletzungen, wie es da gab. Das war schon so ein bisschen anstrengend, würde ich sagen, oder? Wow, I see what you did there. Das ist auf jeden Fall anstrengend und noch eng anstrengender für die Armen gewesen. Also, Timmy Chandler hat mir extrem leid getan. Und wenn du dann seine Wunde dann hinten gesehen hast, dann wusstest du schon, okay, das ist ein absoluter Fighter. Aber da muss ich ja auch sagen, jetzt mal losgelöst davon, dass es auch durchaus problematisch ist, weil normalerweise, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Bundesliga da nicht so wirklich viel drauf achtet, was jetzt mit Gehirnerschütterung ist und auch, dass er dann auch nur weitergespielt hat. Das ist ja, der ist ja gerade an einem sehr sensiblen Bereich des Hinterkopfes getroffen worden. Also, das hätte auch echt anders ausgehen können. Ich habe da echt Respekt, dass er da so ein harter Hund ist. Ich hoffe, dass das dementsprechend auch irgendwie gemonitort wird, dass es ihm wirklich dann auch gut geht. Aber es war ein extrem körperliches Spiel auf beiden Seiten und es ging ordentlich rund. Trapp hat ja auch den einen oder anderen nochmal mitgenommen. Also, der Kölner, der dann auch leiden musste. Also, es war schon extrem körperlich und ein anstrengendes Spiel, will ich meinen. Ja, also, jetzt ohne Fight kannst du definitiv sagen, ist da keine der Mannschaften irgendwie an dem Tag in das Spiel und vom Platz am Ende gegangen. Also, du hast schon gemerkt, dass da ein gewisser Wille auf beiden Seiten, da war ich, zumindest von den Kölnern, wenn man sich die Spiele vorher angesehen hat, war ja zu erwarten, dass die sehr motiviert und auch nicht gerade zimperlich da an die eine oder andere Stelle reingehen. Aber es war schon... Ja, Köln spielt halt körperlichen Fußball. Das ist aber auch gut. Ich habe da ja vollkommen Respekt davor. Ich meine, wenn ich mir die Kölner angucke, wie wir das letzte Saison teilweise hatten und wo du schon gemerkt hast, die haben gute Spiele, aber die bekommen das irgendwie noch nicht so auf die Kette. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, der denen auch nochmal neu Aufwind gibt, der, glaube ich, die richtigen Zeichen auch gesetzt hat. Und jetzt hast du Spieler wie Skiri, der natürlich das Tor macht, der auch wirklich gut spielt. Modest hat zum Glück gegen uns mal nicht getroffen. Aber da sind echt viele Spieler mit einem Haufen... Ja, genau. Und du weißt, genau, war ja auch knapp. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber du hast natürlich eine Grundmannschaft, die echt was drauf hat und wo auch jeder echt auf einem ordentlichen Niveau gerade performt. Und da mussten wir uns echt auch ranhalten. Und die halt auch motiviert aus den letzten Spielen da reingegangen sind. Und ich glaube, zusätzliche Motivation, wenn du da Baumgart an der Seitenlinie rumhüpfen siehst, hast du vielleicht auch immer so ein bisschen Angst, dass dir ansonsten in der Halbzeitpause einfach den Kopf abbeißt. Da läuft es dann nochmal extra irgendwie zwei Meter. Dennis, was war denn so dein Eindruck von dem Spiel am Samstag? Kann ich nur genau euch beipflichten, dass genau das eigentlich ein Kampfspiel war. Du hast das gesehen mit diesen Situationen, die natürlich dann echt übel waren. Auch ärgerlich, dass natürlich dieser Durmtreffer eigentlich ja dann auch so ein bisschen indirekt diese Unruhe in die Mannschaft nochmal hinten reingebracht hat und auch in meinen Augen zumindest einen gewissen Beitrag auch für das Gegentor dann geleistet hat. Weil einfach ein bisschen Unruhe, neu sortieren, ja, es hat einfach nicht so hundertprozentig dann gepasst. Ihr habt auch schon angesprochen, es gab viele Situationen, die auch knapp glücklich für uns ausgegangen sind. Und ob es dann der Elfmeter ist, ob es dann auch die ein oder andere Situation sonst war, wo einfach vielleicht nochmal die Spitze gefehlt hat. Also Köln war da schon auch sehr, sehr, sehr ambitioniert. Wir hatten auch unsere Chancen, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wir haben auch gut gekämpft. Aber es war wirklich ein spannendes Spiel eigentlich. Und was eigentlich dann schade war, das muss man wirklich nochmal sagen, ist, dass so diese Vielfalt, die Ballwechsel, die dann insbesondere auch bei uns zum 1-1 geführt haben, teilweise ein bisschen diesen Nicklichkeiten, diesen Fouls in diesen Situationen ein bisschen untergegangen sind. Denn dieses tolle Umschaltspiel, die tolle Raum- und Seitenverlagerung im Mittelfeld, das hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass wir vielleicht auch öfter diese Chancen nutzen können, das spielerisch zu zeigen, die Situation spielerisch aufzulösen. Aber man hat gesehen, das war schon dann viel Fight, viel Nicklichkeiten. Und ja, dementsprechend, ich bin nur, eine Frage habe ich an euch. Seid ihr zufrieden mit dem Unentschieden? Kann man zufrieden sein mit dem Unentschieden? Oder ist es im Endeffekt, hat es uns nicht wirklich weitergebracht, das Spiel? Boah, das finde ich eine schwierige Frage. Deswegen lasse ich Marvin erstmal antworten. Ich glaube, ich bin mittlerweile über den Status hinaus, dass ich immer sagen kann, dass ich zufrieden bin. Ich bin mittlerweile nicht mehr zufrieden. Nein, weil ich versuche das ja dementsprechend einzuordnen. Und das ist natürlich schon so, dass man sagen kann, klar, von dem Ausgang und von der Art und Weise, wie die Eintracht gespielt hat, dass beispielsweise auch ein Tor nicht gegeben wurde, dass es relativ knapp war wieder, könnte man sagen, ja, man ist zufrieden. Aber ich bin darüber hinaus, weil ich erkenne natürlich eine kleine Weiterentwicklung. Und da stimme ich auch allen zu. Das ist vollkommen okay. Aber ich bin einfach nicht damit zufrieden, weil Köln am Ende sogar mit einer der schwächsten Saisonspiele gerade gemacht hat gegen uns. Und natürlich könnte man behaupten, das hängt auch mit der Eintracht zusammen, dass die Eintracht das Köln schwer gemacht hat. Aber es ist halt ärgerlich, dass Köln gerade gegen uns dann relativ schlecht spielt und trotzdem einen Punkt mitnimmt. Und das ärgert mich. Und wir haben gegen relativ viele Gegner gespielt, wo ich nicht gesagt hätte, okay, die sind jetzt super stark. Und da ärgert es mich, dass wir immer nur einen Punkt gerade holen. Ich weiß, dass es trotzdem auch eine Entwicklung sein kann. Aber aktuell bin ich da einfach ein bisschen unzufrieden. Ja, Tendenz bei mir ähnlich. Also ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anguckt und sieht, wie das dann mit den Wechseln war und sagen muss, dass dann nachher einfach auch Spieler auf dem Feld waren, die jetzt offensichtlich ja nicht erste Wahl waren, sonst hätten sie ja eine Startelf gestanden. Und die, wenn man jetzt auch nochmal auf Gentler guckt, auch mit einem gewissen Handicap gespielt haben, dann ist das so ein bisschen das, was es positiver da lässt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt einfach sehe, wir schaffen es immer wieder im Offensivdrittel durch gekonntes Pressing, den Ball zu bekommen. Und dann machen wir nichts aus diesen Positionen, die wir uns dort irgendwie erkämpfen. Du hast das Umschaltspiel gerade angesprochen, Tendenz. Dann siehst du mal zweimal eine gute Seitenverlagerung und einen schnellen Ball in die Tiefe, wo dann auch Anspielsituationen sind, wo du denkst so, ja, jetzt ist es. Und dann gehen wir wieder dreimal in den Innenfight und versuchen wieder mit so kleinen Pässen im überfüllten Mittelfeld zu haben, wo wir dann irgendwie ein Drittel-Fehlpassquote haben und bringen uns selbst in brenzlige Situationen. Ja, die Mannschaft hat vielleicht in dieser Konstellation noch nicht so viel trainieren können und vielleicht auch noch nicht so viel spielen können, aber unterm Strich sind das doch alles Profifußballer. Und dann muss da einfach auch mehr drin hingenbleiben als jetzt das, was ist es, sechste oder siebte 1 zu 1. Ich habe den Überblick verloren. Also das ist halt einfach das, was mich mittlerweile halt einfach nur noch nervt. Und so langsam geht es halt auch um irgendwas. Klar, in der letzten Saison hatten wir auch diese unentschieden Phase über sechs, sieben Spieltage und waren ungeschlagen. Ja, aber da hatten wir halt wenigstens auch schon mal zwei Siege auf dem Tisch. So, und die nächsten Gegner, die kommen mit hier irgendwie Bayern und danach ist es die Hertha und dann kommt wieder Leipzig. Also da sind ja auch Knackerspiele dabei, wo du jetzt auch vielleicht gegen den einen oder anderen auch von vornherein auch wieder nicht mit Punkten rechnen kannst. Und das ist halt das, was mich einfach nervt, dass wir da immer noch nicht viel weiter sind. Ja, das ist halt natürlich genau das Problem. Ich meine, du hast sehr, sehr gut angesprochen. Es gibt ja einiges, wo man sagen kann, hey, das läuft gut. Die Eintracht ist, wie du sagst, im Pressing echt gut dabei. Ja, die laufen viel, die stecken nicht zurück. Und auch, ich würde schon sagen, dass der Wille dieser Mannschaft auf jeden Fall da ist. Ich habe das Gefühl, in der Mannschaft an sich stimmt es. Da sind keine Kontroversen, da ist kein Geplapper. Die sind schon eine Einheit. Das Problem ist, sie haben das System, wie ich das aktuell mir anschaue, noch nicht hundertprozentig von Glasner implementieren können und hadern noch damit. Wir sehen, wie Glasner wortreich immer agiert an der Seitenlinie. Der natürlich seine Pläne im Kopf hat, die aber noch nicht so realisiert werden können. Das muss noch zusammenwachsen. Ich hoffe, es wächst bald zusammen. Man braucht auch mal endlich diesen Erfolg. Aber wie gesagt, wir sind halt noch nicht da. Und natürlich ist dann so eine Unzufriedenheit da. Man muss natürlich aber auch sagen, um jetzt ein bisschen zurückzufahren, ja, das sind jetzt momentan einfach nur Unentschieden. Auch in der Liga jetzt fünfte Unentschieden in Folge. Alles gut und schön. Es geht ja noch anders. Wenn ich mir andere Mannschaften angucke, die größere Probleme haben, da brauche ich gar nicht Fürth nennen. Aber ehrlich gesagt, auch die Härte, auch wenn die mit einem Punkt vor uns steht, das sieht nochmal ganz, ganz anders aus. Und die haben trotz der Tatsache, dass die über uns stehen mit einem Punkt, aber andere Kisten, andere Probleme, auch Augsburg, Bielefeld. Ich glaube, das sind alles Mannschaften, die könnte man oder sollte man hinter sich lassen. Trotzdem ist es wichtig und auch relevant, dass wir davor waren. Und gleichzeitig fand ich es gut, dass du sowohl das Pressing angesprochen hast, als auch eine gewisse Spritzigkeit des Teams, die ja durchaus da ist. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ganz kurz noch, die Eintracht hat, glaube ich, auch bis auf die Bayern die zweiten meisten Sprints generell in der Liga. Das liegt aber auch einfach daran, dass sie so oft im Mittelfeld den Ball verliert und dann wieder herrennen müssen. Also da muss man halt auch immer so ein bisschen aufpassen, wie man sich diese statistischen Werte dann da anguckt. Ja, ihr habt das aber doch schon ideal auch ausgedrückt, eigentlich stimmt es, die Moral stimmt, der Trainer versucht auch zu intervenieren. Du hast gemerkt, die Aufstellung, ein Schändler und ein Durm zeigt ja schon, er versucht ja auch da die, ich sage jetzt mal, die Performance-Probleme, die wir die letzten Wochen ja immer wieder angesprochen haben, gerade über die Außen, irgendwie individuell und durch ja auch mal Wechsel vielleicht zu kompensieren. Dann kommt so ein Mist wie am vergangenen Spieltag, dann hast du im Endeffekt diese schnelle Verletzung von Durm, dann musst du doch wieder Da Costa auf die Position stellen. Und da muss ich wirklich sagen, das war halt wirklich wieder schade. Da fehlt einfach die Präzision, das Selbstbewusstsein fehlt einfach teilweise auch bei einem Da Costa im Moment noch. Deshalb, Marvin, und ich bin schon voll und ganz bei dir, dass sie teilweise das System von Glasner noch nicht umsetzen können. Aber selbst wenn er sagt, wir pressen, wir holen uns die Bälle früh und das funktioniert, ist es halt teilweise so, dass die individuelle Klasse und vielleicht auch die aktuelle Formkurve noch nicht erlaubt, dass wir eben jeden dieser Bälle zumindest gefährlich aufs Tor bringen, sagen wir es mal so. Weil da waren Chancen dabei, auch gegen Köln, da habe ich einige Bälle gesehen, die auch ein Da Costa reingebracht hat, wo ich gedacht habe, ja, sie kommen schon in den Strafraum, aber wie schade, dass hier nicht einer da ist. Genau. Schade, dass hier nicht jemand da ist, der ähnlich wie ein Kostic auf der anderen Seite die Dinger dann wirklich auf den Mann bringt. Weil dann hättest du natürlich da entsprechend, deshalb, es sind viele Sachen, ich hoffe, es kommt noch oder es sind ein paar Ausschneiden, mal wieder so eine Überperformer-Spielrunde von einem Da Costa auch, der dann vielleicht mal drei, vier Spiele, zwei, drei Bälle dabei hat, die dann auch direkt auf den Mann kommen. Das weiß man halt nicht. Ich bin froh, dass ein Klasner das auch erkennt, auch versucht zu reagieren, dass dann sowas, das kann ich ihm ja nicht mal angreifen. Früher oder viele Spieltage vorher haben ja die Leute gesagt, ah, ein Klasner reagiert, nicht ein Klasner, der sture Bock, haben wir schon wieder so einen, ein Klasner erkennt das nicht, ein Klasner macht das nicht. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Das siehst du, er versucht schon, er versucht auch, beschreibend für die ganze Situation war auch, als er kurz vor Ende im Köln-Spiel diesen langen Sprint an der Seite hingelegt hat. Kostic, glaube ich, hat er dann noch was zugeflüstert bei dem Freistoß, wo da Kosta gefoult wurde, wo sich ja auch der Kölner Trainer mega aufgeregt hatte dann, was ist hier los? Das sind Situationen, das siehst du aber auch, der will das auch, der ist auch nicht zufrieden, der sagt auch nicht, ach na ja, jetzt haben wir doch unentschieden gespielt, sind wir zufrieden, ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen, auch der ist unzufrieden, der will die beste Performance, der will gewinnen, das gefällt mir, die Mannschaft ist eigentlich in einem guten Flow drin, es muss nur einfach, erstens muss die Präzision her, zweitens müssen noch ein paar Automatismen her, Marvin, ich stimme dir da voll und ganz zu, da sind noch Sachen drin, die einfach noch nicht so laufen, wie Glasner sich das sicherlich auch vorstellt und auf der anderen Seite ein gewisses Spielglück, du hättest das Spiel ja auch, auch wenn da jetzt alle sagen, ja, du hättest genauso gut verlieren können, weil dann Elfmeter und ganz knappe Entscheidung, ja, du hattest aber auch genug Chancen, um zu gewinnen, auch gerade bei dem 1-1, kurz zwei Minuten später, hast du eigentlich das 2-1 auf dem Fuß und kriegst es nicht rein, das hätte genauso gut sein können und es wird auch so Phasen geben, wo wir mal wieder Spiele gewinnen und vielleicht auch mal dreckige Siege feiern und Ruggizuki redet keiner mehr drüber, schade ist natürlich, du hast hier schon einige Punkte gegen Mannschaften liegen lassen, die du hättest vielleicht schlagen können, das wird dir vielleicht am Ende der Tabelle und der Abrechnung dann ein bisschen hinterherhängen, im Großen und Ganzen muss man aber im Moment mit der Entwicklung, um meine eigene Frage von Fans zu beantworten, zufrieden sein, weil ich glaube, es wird viel versucht und es funktioniert halt noch nicht alles. Ja, da gebe ich dir recht, schön zusammengefasst und auch die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut beleuchtet, ich glaube, was du auch gesagt hast, ist natürlich, dass trotzdem bei Einzelpersonen natürlich darüber gesprochen werden muss und das ist ja natürlich genau das, was halt auch immer noch nicht hundertprozentig passt, Na klar, Problem, der Costa funktioniert nicht so, war auch ein bisschen undankbar, musste relativ früh reinkommen, hoffe, du um geht es bald wieder besser, war ja auch sehr, sehr unglücklich und dann ab der elften Minute hat er dann ein Spiel gespielt, bei dem er wirklich schwer reinkam, das ist schwierig, genauso wie wir Lammers jetzt mal wieder gesehen haben, der gute Phase und schlechte Phasen hat und auch gegen Köln war er eher unglücklich, um es mal noch freundlich zu formulieren, andererseits ist es da aber auch so, dass ein Boré endlich sein Tor gemacht hat, auf dem wir lange gewartet haben, wo wir uns gefreut haben, dass er jetzt endlich mal sein erstes Pflichtspiel-Tor war, da freue ich mich und freue ich mich auch für ihn und diese Kombination mit Kosti zusammen ist super, er hat sich endlich belohnt, ist ein absoluter Fighter, wir sehen, es geht halt noch nicht zusammen, also wir haben jetzt gerade nicht Boré und Lammers machen ein gutes Spiel, der eine oder der andere macht gerade ein gutes Spiel und es muss irgendwann halt zusammenwachsen, ich fand dafür aber dann die Aufstellung ganz gut, dass die beiden halt gemeinsam im Sturm waren, das fand ich eine schöne Sache. Ja, wobei du aber auch dazu sagen musst, so richtig zusammensturmen ist es halt auch wieder nicht, weil dann stehen sie halt nicht zusammen da vorne, sondern dann rennt der Boré wieder irgendwie auch so auf der halbrechten Außenbahn da rum, also auch da gibt es noch so ein bisschen Optimierungsbedarf, würde ich es jetzt mal freundlich nennen. Ja, ist richtig. Was machen wir denn jetzt dann daraus, was bedeutet das für uns, was ja jetzt so ein bisschen auch rumgeistert, ist ja dann auch die Systemfrage, die jetzt dann da automatisch gestellt wird und ich möchte jetzt noch nicht über die Aufstellung gegen Anwerpen sprechen, aber so ein bisschen die Frage, die ja jetzt generell erstmal im Raum steht, denn es ist ja gerade eben schon angedeutet, Klaasner versucht da zu optimieren und versucht da seine Viererkettensystem reinzukriegen und auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch sagen, vielleicht ist es noch nicht das System, mit dem die Mannschaft sich wohlfühlt, also Frage durchhalten und jetzt bei einer Viererkette bleiben oder Systemwechsel generell, Fragezeichen, Tennis? Oh, zwangsläufig wirst du ja jetzt gegen Antwerpen wechseln müssen. Ja, ging es aber jetzt generell, deswegen hatte ich das gesagt. Ja, ich denke, aber das ist doch ein ganz guter Maßstab, da siehst du, ob die Dreierkette sich einfach gut einpflegt und ich glaube, der Gast letzte Woche hat es ja auch schon schön dargestellt gehabt, ein Hasebe auf dieser Libro-Position kann vielleicht auch hier ein bisschen Ruhe und ein bisschen Stabilität reinbringen. Ja, ich finde, die Beurteilung erlaube ich mir, deshalb habe ich es nochmal aufgegriffen, ich habe das schon mitbekommen, René, dass du gesagt hast, ausdrücklich nochmal diese ganze Situation in Frage stellen, weil das kommt für mich eigentlich nicht in Frage, das Personal ist momentan, er versucht ja alles, ich kann erst sagen, ist die Viererkette gescheitert, wenn jetzt ein Durm fit ist, ein Chandler fit ist, alle sind fit und du stellst dir mit der optimalen Aufstellung auf, so musst du im Endeffekt jetzt einfach mal schauen, nächsten Spiel am Donnerstag ist, glaube ich, genau, Donnerstag jetzt, die Dreierkette, werden wir sehen, wie die funktioniert, ist das im Endeffekt tatsächlich was, was der Mannschaft Stabilität bringt, wenn wir hier merken, das funktioniert ja genial, das ist ja, das bringt Ruhe rein, das bringt vielleicht ein bisschen Sicherheit rein, vielleicht können dann auch im Spielaufbau, man merkt das ja schon, es ist manchmal so, es ist, im Spielaufbau, da denkt man ja schon manchmal, Mann, 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 was ist denn hier los, warum tun die sich da manchmal so schwer und in der vergangenen Saison in Teilen so, warum lief das da so locker gut, obwohl es ähnliche Spieler oder sogar die gleichen Spieler sind, da muss man schon sagen, muss man schauen, also ich kann es tatsächlich abschließend überhaupt noch nicht beurteilen und würde tatsächlich mal dazu raten, den nächsten Donnerstag abzuwarten. Marvin, wie siehst du das denn oder Brené? Noch kurze Ergänzung, Leon schreibt gerade im Chat, dass das natürlich, wenn wir jetzt wieder die Systemfrage stellen, es niemals wird mit einem Umstieg auf Viererkette, das ist auch so ein bisschen genau der Punkt. Die Frage ist, haben wir jetzt so viel Geduld noch im Kanister, dass wir das noch aushalten oder nicht? Ja, also ich sehe es genau so, also ich glaube nämlich schon, dass wir auch ja beim nächsten Spiel erstmal die Viererkette nochmal weitertragen sollten, also ich habe das schon die eine oder andere Idee, dass wir auch mit einer engen Besetzung vielleicht weiterhin in der Viererkette spielen könnten, grundsätzlich wäre ich auch dafür, das jetzt durchzubringen. Es ist schwierig, es ist ein Problem, aber jetzt die ganze Zeit umzuswitchen, ich verstehe die Pro-Argumente, ich habe die Pro-Argumente für den Switch ja auch letzte Woche schon gesehen, ich kann das absolut nachvollziehen, für mich ist es halt jetzt trotzdem so, dass es noch nicht endgültig, auch wie du ja selber sagst, denn es noch nicht endgültig gescheitert ist, weil in den allerwenigsten Fällen konnten wir in Optimalaufstellung antreten, deswegen wäre ich dafür, genau mit dieser Viererkette auch weiterzugehen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt das, ja ich erkenne das, ich erkenne diese Problematik, aber das ist ja auch nicht das einzige Problem und ich glaube, dass du der ganzen Situation keine Sicherheit gibst, wenn du halt wieder umstellst und ich glaube auch, ein Kevin Trapp, den ich aktuell leider, leider, leider nicht als sonderlich großen Rückhalt empfinde, der wird auch nicht mehr Sicherheit dadurch bekommen, dass du die Vordermänner, ihm auch wieder neu zur Seite stellst. Ich habe da kein gutes Gefühl und ich glaube auch, er ist gerade in einer Situation, in der er Sicherheit braucht. Die könnte ihm übrigens ein Hasebe durchaus geben, vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt, jetzt zumindest über einen kurzen Zeitraum ihn wieder ins Spiel zu holen, könnte eine Option sein, aber mit einem Systemwechsel macht man es womöglich nicht besser. Ja, ich bin da auch noch so ein bisschen so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ja großer Freund auch der Viererkette generell als System und ich glaube auch, dass wir einfach diese in Anführungszeichen saure Gurkenseits so ein bisschen ertragen müssen, wenn wir wollen, dass dieses System dauerhaft funktioniert. Ob wir dann dafür jetzt das optimalste Personal tatsächlich generell am Start haben, wird sich noch zeigen und ja, wie das mit dem Personal am Donnerstag gegen Antwerpen aussieht, da können wir ja jetzt mal so ein bisschen drauf gucken. Also wir haben auf der verletzten Liste weiterhin Seppi Rode, was ja klar war, dass der noch ein bisschen ausfällt. Lenz hat sich ja jetzt auch gezeigt, dass er auch länger ausfällt, als ursprünglich gedacht wird, auch gegen Antwerpen nicht spielen und sehr wahrscheinlich auch gegen die Bayern am Sonntag dann nicht. Durm fällt mindestens mal gegen Antwerpen auch aus. Er hat sich ja am Spiel am Samstag eine Gehirnerschütterung zugezogen. Da stand wohl jetzt schon fest, dass er nicht spielen wird und Indika wird auch nicht spielen können. Der hat sich ja mit der letzten Aktion gegen Köln eine Überdehnung im Knie zugezogen und hat da jetzt so ein bisschen Probleme. Ich hoffe, dass es tatsächlich nur das ist. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mal wieder geworden mit Verletzungsaussagen der Eintracht und ob das tatsächlich so ist oder ob das nicht irgendwie so eine ganz große Wunderkiste ist. Das wäre natürlich dann der maximale Worst Case. Obwohl Indika ja wirklich eigentlich verletzungsunanfällig ist, deshalb hat es mich eigentlich jetzt auch gewundert, dass er mal hier ausfällt. Da drücken wir wirklich die Daumen, also dass er schnell wieder fit ist, weil er ist ein ganz wichtiger Spieler. Aber genau, die vier sind auf jeden Fall fehlen die und ansonsten Schendler würde ich noch ein Fragezeichen dran machen. Da war zwar die Aussage jetzt nicht, dass er fehlen wird, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, der hat da am Wochenende schon einfach viel einstecken müssen und so ein bisschen Pause könnte man ihm vielleicht dann da auch noch irgendwie gönnen. Dem wird schon noch ganz ordentlich der Schädel gebrummt haben, so eins, zwei Tage danach. Dann nimmst du dir aber natürlich ganz viele Möglichkeiten, wenn der jetzt auch noch aus der Nummer rum raus ist. Das ist tatsächlich der Fall, ja. Ache ist, glaube ich, ja gar nicht nominiert, ne? Ache darf nicht spielen, der hat tatsächlich ja keine Freigabe für das Spiel. Genauso wie Younes, der ja auch offiziell immer noch im Kader ist, auch nicht. Vergisst man so schnell, ja. Also auch das Thema, wo ja die Aussage der Eintracht war, in den nächsten Tagen hat man das entschieden, diese Tage sind jetzt auch schon was länger her, ne? Ja, ist richtig. Genau, also die dürfen nicht spielen, beziehungsweise Younes nimmt auch, glaube ich, überhaupt nicht am Trainings- und Mannschaftsbetrieb in irgendeiner Form teil. Von daher hätte der ja so oder so keine Möglichkeit. Ja. Genau. Auf der anderen Seite Antwerpen relativ voll besetzt. Ich glaube, die haben zwei Ausfälle, aber auch von Spielern, die jetzt nicht so zum Stammpersonal gehören, zumindestens, was ich so sehen konnte. Spannend fand ich bei dem Durchschauen von dem Kader, dass da ja auch der eine oder andere Spieler dabei ist, den man aus nicht allzu fernen Bundesliga-Zeiten noch kennt. Wisst ihr denn, wer da noch im Kader ist, den man im letzten Jahr noch in der Bundesliga gesehen hat? Im letzten Jahr in der Bundesliga? Keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, wen du meinst. Johannes Eggestein kam von Bremen. Stimmt, du hast recht, ja klar. Festrate kam von Köln. Stimmt, ja genau, richtig, ja genau, die Bürger-Festrate, das ist richtig, das ist kein Spieler, der mir großartig krass aufgefallen ist diese Saison, aber klar, du hast mit Johannes Eggestein auf jeden Fall einen sehr soliden Spieler, der sich in der Liga da bestimmt ganz gut macht. Ich glaube, der Fokus sollte tatsächlich bei uns eher darauf gehen, dass wir irgendwie versuchen müssen, an Michael Frey einigermaßen in Zaun zu halten, der ja gerade da alles wegscort, was ihm irgendwie vor die Linse kommt. Elf Tore. Der mal bei Nürnberg gespielt hat. Wollte ich gerade sagen, den kennt man auch noch vielleicht aus Nürnberger Zeiten, wo er glaube ich 2018, 2019 für eine Saison war. Sieht ein bisschen aus wie die Schweizer Ausgabe von, genau, von Bas Dost, aber auch ein bisschen kleiner ist er trotzdem schon, aber ein interessanter Spieler auf jeden Fall und dementsprechend einer, da müssen wir definitiv aufpassen, ansonsten, klar, ist eine Mannschaft, die durchaus, du hast ja eben schon angesprochen, gut besetzt, das ist auch ehemalige, ja, internationale Klassenspieler wie Naikolan, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Du hast da auch Naikolan, der ja ablösefrei von Inter kam, der zwar jetzt mit 33 auch nicht mehr der Jüngste ist, aber, ja, also ganz ehrlich, Jakic gegen Naikolan, das gibt eine fiese Schlägerei, also, Geil, da habe ich Bock drauf. Da hätte ich auch Bock drauf, da würde ich jetzt auch nicht direkt mein ganzes Geld auf einsetzen wollen, die könnten beide eklig sein, glaube ich. Ja, definitiv, aber es zeigt sich, das ist keine schlechte Mannschaft, aktuell auf Platz vier, nicht zu Unrecht stehen, die auch relativ weit vorne, haben noch ziemlich viele Punkte eigentlich jetzt geholt schon. Also, es ist nicht ganz unproblematisch, aber trotzdem muss man auch sagen, wenn die Eintracht, und das ist ja genau unsere Hoffnung, irgendwie eine Formation hinbekommt, haben sie elf Leute auf den Platz bekommen, dann ist da trotzdem ein bisschen was drin. Und ich bleibe dabei, dass da auch was möglich ist und mehr als nur ein Punkt möglich ist. Damit leitet Marvin so ein bisschen den Weg Richtung Aufstellung tatsächlich ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn euer System? Marvin, du hattest gerade eben gesagt, du siehst auch noch Optionen für eine Viererkette. Welche siehst du denn da? Ich sehe eine Option für die Viererkette und genau, Hinteregger stelle ich natürlich erstmal rein und mit ihm zur Seite würde ich AC bestellen. Einfach nur mal, damit wir da mal eine kleine Innenverteidigung haben, die sich ja auch kennt, die auch schon öfter zusammengespielt haben. Ich würde tatsächlich auf die linke Seite einen Chandler, von dem ich jetzt ausgehe, dass er wieder spielt, setzen. Und auf die rechte Seite würde ich einen Touré, von dem ich jetzt davon ausgehe, dass er jetzt die letzten Wochen öfter auf der Bank schon gesessen hat, immer mal wieder, dass ich jetzt auch mal davon ausgehe, dass er vielleicht auch mal ein Spiel machen kann und dann im Endeffekt von Beginn an auf der rechten Seite. Das ist meine Hoffnung. Jetzt wird auch seine Zeit kommen, besser wird es ja gar nicht. Also es gibt nicht noch mehr Ausfälle, dass er dann irgendwann zum Einsatz kommt und ich hoffe, er nutzt dann dementsprechend die Chance. Das würde so meine Viererkette aussehen. Spontan zwei Fragen zu. Zum einen ist Hasebe nicht zu langsam für so einen klassischen Innenverteidiger mittlerweile. Und die Frage, die sich direkt anschließt, ist, was bitte ist mit einem Tutor los, dass der jetzt die letzten zwei Spiele nicht mal im Spieltagskader war? Genau, das ist die Frage und die Frage, die immer noch ein bisschen ungelöst ist, wobei wir aber schon sagen müssen, dass das, was wir in den Pressekonferenzen von einem Oliver Glasner hören, dass es sich nicht so anhört, als würde Tutor jetzt wirklich nah an der Mannschaft stehen. Und das sorgt bei mir für eine gewisse Skepsis und deswegen würde ich eher zu Hasebe tendieren. Deine Frage ist vollkommen richtig, dass man jetzt sagen könnte, klar, der ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter und vielleicht nicht mehr ganz so fit, aber ich glaube, man tut ihm, fit ist er aber nicht ganz so schnell, aber ich glaube, da tut man ihm Unrecht. Denn es ist ein absoluter Musterprofi und ja, vielleicht geht ihm ein paar Prozent Schnelligkeit weg, aber ich glaube nicht, dass es jetzt gegen ein Werben auf ein unfassbares Schnelligkeitsspiel ankommt und im Zweifel muss halt Hinteregger mal ein bisschen mehr laufen und dann ist halt der Hasebe eher jenige, der ein bisschen mehr ordnet. Denn so ist es halt. Ich glaube, diese Möglichkeit ist trotzdem die qualitativ hochwertigste und ich glaube auch, dass ein Hasebe diese Mannschaft in Sachen Ruhe, in Sachen Balance sehr, sehr gut tun kann, auch nach hinten. Eigentlich eine coole Sache, Marvin. Finde ich, gefällt mir auf jeden Fall. Das Einzige, wo ich da ein bisschen Magenschmerzen habe, ist, dass wir ein Hasebe, der ewig nicht gespielt hat und ein Touré, der wirklich ewig, ewig, ewig nicht gespielt hat, hier auf der rechten Seite hätten, das kann natürlich auch echt ganz schöne Löcher reißen, einfach weil sie in dem Sinne nicht eingespielt sind. Deshalb bin ich eigentlich dafür, Hasebe gerne, aber in der Dreierkette, denn dann darf auch mal einer da einen Fehler machen. Auch ein Touré darf dann mal einen Fehler machen auf der rechten Seite. Dann kannst du noch einen Tutor vielleicht reinstellen. Das muss man sich halt überlegen. Der aber ja auch lange nicht gespielt hat. Der auch lange nicht gespielt hat, das stimmt. Also ich muss sagen, Touré, wie lange ist der ausgefallen? Ich weiß es nicht. Dann auch zu sagen, von Anfang an ist ja sowieso, also das kann schon ein heißer Ritt werden für ihn. Wie gesagt, ich hätte normalerweise gesagt, hier hat dann der ein oder andere, wenn du hinten fünf Leute drinstehen hast in der Defensivarbeit, kann auch mal der ein oder andere einen Fehler machen. Wenn hier bei der Viererkette und ich sag mal, ein Touré, die Abstände passen noch nicht, dann ein Hasebe doch mal vielleicht den ein oder anderen Sprint nicht so mitgehen kann, dann hast du natürlich da sofort so riesige Lücken. Und das ist, in meinen Augen, muss das nicht unbedingt sein, weil, Marvin, du hast es richtig angesprochen, ich denke, wenn du hier mit einer soliden Truppe, die einfach auch ihre Systeme kennen, Hasebe liebt oder merkt man ja immer, dass er in dieser Dreierkettensystem am besten aufgehoben und das eigentlich am besten mit umsetzt, dann würde ich fast den Leuten lieber das machen, was sie kennen, was sie können und würde dann im Endeffekt schauen, umstellen während dem Spiel wahrscheinlich eher nicht oder kann man natürlich auch, aber denke ich nicht, dass das sein muss, lieber aus einer starken Defensive auftreten und das Altbewährte nochmal auspacken. in dem Spiel gegen Antwerpen jetzt. Ja und zusätzlich auch nicht vergessen, ich meine, wir haben ja gesehen, wie Glasner immer noch dem Hasebe zugewandt ist, auch wenn er ihn jetzt aktuell halt nicht regelmäßig spielen lässt, bestimmt fast gar nicht, aber wir haben schon gemerkt, wie er von ihm schwärmt und wie weit außen vor Tutor ist, wie absurd das jetzt wirken muss, wenn da ein Tutor trotzdem spielt, der jetzt letztes Jahr nicht mal auf der Bank war. Also für mich ist Hasebe da die klarere Option, man könnte auch auf Dreierkette gehen, ich hatte ja davor schon gesagt, dass ich das trotz aller Schwierigkeiten gerade nicht optimal finden würde und dementsprechend bleibe ich strengend in meiner Meinungsäußerung und würde dementsprechend Hasebe stellen, aber die Probleme, die ihr dann erwähnt habt, die sehe ich natürlich, trotzdem glaube ich, dass wir ja nicht gegen eine absolute Weltauswahl spielen und ich glaube, dass das durchaus machbar ist und ich denke, dass es diesem Konstrukt durchaus gut tut. Klar, gerne. Touré übrigens, letzter Spieleinsatz, neun Minuten im letzten Ligaspiel der Saison 21, nee, 20, 21 gegen Freiburg. 81. bis 90. Minute. Sehr gut. Okay. Dauert noch ein paar Tage her. Aber wie gesagt, war ja länger verletzt und so ist es jetzt. Ja, also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich auch so aufstellen, wie Marvin hat in der Viererkette. Mir grummelt es aber irgendwie im Bauch und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass anstatt Hasebe dann Ilshanka spielen wird. Was jetzt nicht meine präferierte Option wäre, aber Ja, du hast recht. Also ist ja auch, du hast ja vollkommen recht. Kann sehr, sehr gut möglich sein, weil er natürlich relativ nah an der Mannschaft ist, weil er natürlich relativ oft eingewechselt wird. Ist ein gangbarer Weg, wobei er zuletzt ja eher aus dem defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, aber klar, und das hat ja Klaassen auch schon gesagt, für ihn ist Ilshanka auch jemand eher für die Innenverteidigung. Ja, ist möglich. Kann auch sein, ist sogar vielleicht sogar noch realistischer als Hasebe. Und rechts an Touré auch. Kein Wunsch. Also ganz ehrlich, für mich auch nicht Marvin. Nee, Wunsch auch nicht. Und zu deiner Frage, Dennis, mit Touré. Ich mag den Nida Costa sehr als Mensch und er hat einfach auch extrem viel getan, aber wenn ich so sehe, mein gut, klar, er hat jetzt am Wochenende den langen Pasta auf den Högel gespielt, der dann den Ball auf Boree und dann das Tor, alles fein, aber kann die eine Aktion dann über diese ganzen unnötigen Ballverluste und diese ganzen Gedächtnisflanken, die dann sonst irgendwo im Nirwana landen drüber hinwegtäuschen, für mich nicht. Von daher wäre Touré tatsächlich mein Wunschspieler und er muss ja auch irgendwann wieder anfangen einfach zu spielen, von daher. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir ja sagen müssen, Touré, der hat die Klasse eigentlich dann auch Stammspieler, wenn er fit ist, auf der rechten Seite zu werden, gerade bei der momentanen Personallage, also würde mir auch sehr gut gefallen. Mir ging es einfach nur darum, oh, ewig nicht gespielt, dann gleich, ja, es ist ja auch immer mit einer gewissen, die Motivation ist da bestimmt da, hoffentlich dann nicht zu viel, gerade wenn du so ewig nicht gespielt hast, Europa-League-Nächte ist dann noch mal was anderes als der Liga-Betrieb, aber wie gesagt, kann auch die richtige Richtung gehen, einfach wäre cool, ich würde mich total freuen, wenn sowohl Hasebe als auch Touré hier Einsatzzeiten bekommen, ich gehe auch voll mit mit euch, ich sage, geil, finde ich eine coole Aufstellung, Viererkette mit dem, was ihr beide schon gesagt hat und dann hoffe ich einfach drauf, dass es, und genau, ich gehe auch davon aus, dass Roland Werpen jetzt nicht jeden kleinen Fehler eiskalt ausnutzen kann und dementsprechend, ja, dann passt das schon. Und jetzt mal hier ganz einen Verschlaubi-Schlumpf, du kannst natürlich auch Trick 17 machen und dann im Spiel mit diesen vier da hinten, jetzt bleiben wir mal bei Hasebe anstatt dem Il-Sanka, auch relativ bequem auf eine Dreier- restriktive Fünferkette umstellen, indem du einfach Chantler auf die rechte dritte Innenverteidiger- Position ziehst und Touré ein bisschen weiter nach vorne und dann bist du auch relativ schnell dann wieder in deinem Dreier-Fünferketten- System, ohne dass du einen Spieler wechseln musst. Ist auch richtig, klar. Trick 17. Da hast du völlig recht, ja. Hoffentlich nicht mit Selbstüberlistung. Ja, du musst jetzt natürlich ja gleich wieder die negativen Punkte auspacken, Dennis, ey. Mann, Mann. Ja, ich war eine Zeit lang nicht da, ich muss hier ein bisschen negative Stimmung verbreiten, das weißt du doch. Ja, musst du nicht, aber wir nehmen das mal so hin. Ich glaube, an dieser Doppel-Sechs-Kombination Jakic, so werden wir bis zur Wiederkehr des Seppel-Rode niemals mehr ein Fragezeichen dran schreiben, oder? Gibt doch keinen Grund dazu, nee. Ich glaube, man hat der eine seine stärkere Phase, man hat der andere seine stärkere Phase, aber ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, waren gegen Köln beide auf einem relativ ähnlichen Niveau und auf einem ganz guten, ich würde das genauso beibehalten. Ja, definitiv auch, wobei ich bei Jakic immer so ein bisschen Angst habe, dass er dann irgendwann das Klappmesser aus der Rosentasche zieht und dann noch irgendwie einen da umbringt. Der guckt immer so, als wenn er die gleich irgendwie alle erschlagen und er schießt wollen würde. Aber ist ja vielleicht auch mal ganz gut gerade auf der Position. Was machen wir denn vorne? Weil vorne links ist klar, Kostic ist gesetzt wie das Arme in der Kirche. Die Frage ist aber, wie machen wir es mit Heuge? Denn bei ihm ist es ja tatsächlich so, dass er natürlich auch gute Szenen hat, wie er es gesagt hat, aber gleichzeitig auch Ballverluste, ehrlichtende Momente. Klar kann man die ihm geben, muss man ihm vielleicht zugeben, aber die Frage ist natürlich trotzdem, dafür spielt er Kamada nicht. Also ich traue mich fast nicht, dass ich es sage, aber für mich wäre Kamada in dem Falle wichtiger. Daran erinnere ich dich dann die Woche danach, dass du wieder die Aufstellung machst und kein Kamada in der Mannschaft haben willst. Aber auf welcher Position würdest du ihn dann stellen? Ja, in der Mitte. Ich fand ihn gerade in den Spielen vor Köln, ich meine klar, er hat immer mal diesen Gacinovic-Moment, wo er dann auch konsequent die falsche Entscheidung trifft, aber er war in den Spielen davor für mich einfach so ein immenser Fixpunkt in diesem Mittelfeld, der Bälle angenommen, der Bälle, wenn er die richtige Entscheidung getroffen hat, gut verteilt hat, der auch erstaunlicherweise Bälle festgemacht hat, der für mich mehr Bälle da vorne festgemacht hat als ein Lammers und wir haben einfach gegen Köln auch gesehen, was passiert, wenn wir da irgendwie keinen haben. Also für mich wäre Kamada an der Stelle tatsächlich gesetzt. Ja, also Das merke ich mir, das merke ich mir, lieber René. Plötzlich immer wieder versucht man auf euch, ja, wie soll ich sagen, milde einzuwirken mit Kamada, von dem wir ja wissen, dass er Licht und Schatten hat, aber natürlich hat er am Ende eine ganz, ganz große Qualität und nochmal eine andere Qualität als sie momentan Heuge vielleicht in Dauer zeigen kann. Aber Dennis, was ist dein Take dazu? Ja, du sagst es ja, man ist immer wieder überrascht oder ich bin zumindest immer wieder überrascht, wenn man sich dann die Scorer-Punkte von einem Kamada anguckt und da unglaublich vieles stehen. Nein, es ist tatsächlich, ich bin auch kein Freund von Kamada, das wisst ihr auch, aber ich denke auch, dass er in so einem Spiel wirklich einen Ausschlag geben kann. Er hat ja auch schon gezeigt, er kennt dieses ganze europäische, internationale Spielen Ich denke, dass er da wirklich eine Bereicherung sein kann und ja, ich muss auch sagen, lieber in der Mitte, als dass wir versuchen, ihn da rüber zu ziehen und ein Boré, der dann wahrscheinlich über die Seite kommen wird, um das schon mal von meiner Seite aus vorauszunehmen, würde ich auch widerstellen, denn jetzt gerade nach dem Erfolgserlebnis vom Wochenende ist das eigentlich ein Muss, das er spielt. Ich denke aber auch, dass du gegen so einen Gegner, einen Stoßstürmer wie Lammers, trotzdem vorne drin brauchst. Also dein Tick wäre Kamada in der Mitte und Boré auf rechts. Ja, ja, ja. Gehe ich mit, gehe ich mit, es ist genau das, du kannst Boré nicht raussetzen, der aggert so viel, der tut so viel, der ist natürlich... Boré jetzt auch gemacht, also den Allianz, deswegen musst du ihn eigentlich da wieder ein Stück weit belohnen. Ja. Und er hat ja auch in den Spielen davor den Job da auf der rechten Bahn nicht schlecht gemacht. Ich bin dabei. Also ich würde sagen, genau so machen wir es. Und Lammers vorne... Aber bitte, Daichi, tu mir einen Gefallen, kein Torschuss. Such dir irgendeinen anderen. Weiß ich nicht. Gibt es meinetwegen im Soul, lass den schießen, aber bitte kein Torabschluss. Bitte nicht. Aber wer weiß, gleich hat das ja... Hat der auch schon mal... International hat er doch auch schon getroffen. Ja, ist richtig. Alles okay. Das ist richtig. Ja. Nein, auch Lammers, wie Marvin hast, glaube ich, so schön gesagt, Licht und Schatten. Jetzt hoffen wir mal wieder auf einen lichten Moment am Donnerstag oder eine lichte Zeit. Nein, das ist schon wichtig, dass er da, dass er da auch Spielzeit bekommt. Auch der muss, glaube ich, sich in dieses System finden. Und wenn Kostic ordentlich performt, ist es ja oft so, dass der Stürmer eigentlich gar nicht mehr viel machen muss vorne. Also hoffen wir einfach mal, dass der Lammers da gut steht und es ist alles perfekt. Ja, vielleicht erleben wir ja auch den Europacup-Kamada, der dann dementsprechend auch mal eine Schippe drauflegt. So ist das, ja. Wir haben das ja schon öfter gesehen. Also gucken wir mal, was da im Endeffekt so möglich ist. Leon schreibt auch, just in diesem Moment, dass Kamada ja auch in der letzten Euroleague-Saison da acht Tore gemacht hat. Also vielleicht kommt tatsächlich der torhungrige Euroleague-Kamada da am Wochenende raus. Dann sage ich auch nichts dagegen. Genau. Ich beschwere mich da nicht. Also nochmal die Aufstellung, Trapp im Tor, Chandler, linker Verteidiger, Touré, rechter Verteidiger, die Innenverteidigung, Hinteregger und Hasebel. Davor die Doppel-Sechs, Jakic und Sow, die ich nach wie vor immer noch großartig finde. Links Kostic, rechts Bourree und in der Mitte Kamada auf der Zehn und Lammers als Stoßstürmer. Und dann ist jetzt die entscheidende Frage, liebe Freunde, wie geht dieses Spiel denn aus? Und der Marvin steht hier zuerst, deswegen kriegt er den Vortritt. Glück gehabt. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt schon in Europa und wieder unterwegs sind, wenn wir wieder europäisch Gas geben wollen, dann bleibe ich einfach bei einem Zweckoptimismus und sage, dass die Eintracht ja diesmal mit 2-1 gewinnt. Okay. Beziehungsweise 1-2, wir spielen ja aus. Richtig. Richtig aufschreiben. Dennis, wie optimistisch bist du? Ich bin auch optimistisch und tippe auf ein 1-3. Ihr habt gesagt, Kamada muss man hier ordentlich performen und vorne Lammers mit Kostic. Ah, da geht schon einiges. Alles klar. Ich habe da so einen Tipp, aber ich traue mich nicht, ihn auszusprechen. Ist er so traumhaft, ja? Ja, er ist so traumhaft. Es fallen vier Tore, nur leider sind sie halt gleich verteilt. Ich sage 2-2. Oh, okay. Ich weiß nicht, irgendwie... Traurig. Ja, sorry. Irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass das mal wieder ein Unentschieden wird. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Aber mit mehr Toren. Also von daher, eine gewisse Steigerung wäre ja drin. Jetzt aber ganz kurz, wärt ihr tatsächlich wie zufrieden, auch wenn wir das Spiel jetzt, das ist ja total in die Zukunft geguckt und wahrscheinlich im Endeffekt überhaupt nicht richtig zu beantworten. Aber ist das eigentlich wichtig, in euren Augen, hier jetzt für die gesamte Trendwende zu gewinnen? Oder sagt ihr, ah, konzentriert euch an der Stelle doch lieber schon auf die Liga? Nächstes Spiel ist natürlich... Nein, das kann ich nicht verstehen. Ganz kurz, da will ich auch noch mal ganz kurz rein. Weil ich verstehe die Leute nicht, die sagen, man soll sich jetzt auf die Liga konzentrieren. Das habe ich ja schon mehr... Genau. Wir sind im Europa Cup und wir haben alle Chancen, hier weiterzukommen. Immerhin mit einem Punkt jetzt gegen Fernabat. Das ist nicht so schlecht, das ist nicht so gut, aber wenn wir jetzt drei Punkte gegen Antwerpen holen, wir wollen... Natürlich ist es mehr als realistisch und auch, ja, ich weiß gar nicht, ob es so hauptanders geht, aber in Europa dann überwintern. Und ich glaube, das muss ein Ziel sein, weil das kann dein Motor für diese ganze Saison sein, dass du am Ende vielleicht mit Platz 12 in der Liga stehst, aber dich wenigstens einigermaßen in Europa wieder durchgekämpft hast. Ist ganz, ganz essentiell. Und auch, ganz ehrlich, wir haben jetzt so viele Unentschieden gehabt und du müsstest eigentlich jetzt da wirklich einen Sieg einfahren, weil danach hast du die Bayern, da brauchst du nicht davon auszugehen, dass du da Punkte holst und dann gehst du in eine Länderspielpause und ganz ehrlich, wie deprimierend ist das denn bitte für die Mannschaft, dass du zwar siebenmal in Folge dann oder siebenmal am Stück vielleicht nicht verloren hast, aber halt auch keine nennenswerten Punkte mitgenommen hast, dann kriegst du ja noch eine Klatsche gegen die Bayern und dann gehst du in eine Länderspielpause, um deine Wunden zu lecken. Nee, du brauchst jetzt dieses positive Erfolgserlebnis und das ist, auch wichtig, auch für die Fans, diese Atmosphäre mitzunehmen, es werden Fans vor Ort sein, das wird laut werden, das ist nur ein kleines Stadion, das wird ein richtig schöner Fußballabend, der wäre noch schöner, wenn es um 21 Uhr wäre und nicht um 18.45 Uhr, aber gut, man muss es halt nehmen, wie es kommt. Da musst du eigentlich komplett auf Sieg gehen und diese Nummer mit die Liga ist wichtiger. Nee, wir sind in der Umbruchssaison in der Liga, wenn wir mit dem System Viererkette da jetzt durch wollen, das wird jetzt, ich will jetzt nicht sagen, sauchen-Gurken-Zeit, aber das wird irgendwo im gesicherten Mittelfeld wahrscheinlich am Ende landen und dann musst du dir da deine Highlights mitnehmen. Also von daher sehe ich haar genauso, dass man das vielleicht auch so ein bisschen als Seelenheil dann hat, dass hoffentlich Marvin, ich drücke uns allen die Daumen und bin auch überzeugt davon, dass hier Möglichkeiten bestehen, diese Gruppenphase erfolgreich zu absolvieren und noch ein bisschen weiter zu kommen, weil ich glaube, diese Highlights, René, da gehe ich genau mit, das ist eigentlich das, was die Fans brauchen, um diesen ganzen Liga-Klimbimps, du hast halt jetzt auch schon so viele Punkte vorne liegen lassen, das nervt dann und dann kann man sich so richtig schön reinsteigern. Das kannst du natürlich alles abschütteln, wenn du sagst, Mensch, in der Liga ist ein bisschen der Wurm drin oder zumindest am Anfang der Wurm drin gewesen. Der Durm drin. Jetzt hast du hier aber die Euro, der Durm drin, genau, Dankeschön. Nein, aber da können wir auf jeden Fall, denke ich, also mir würde es auf jeden Fall einen Auftrieb geben, wenn die Mannschaft hier performt gegen Antwerpen und ich könnte mir sogar vorstellen, gut gegen Bayern, es ist natürlich total unrealistisch, dass wir in der aktuellen Phase da und auch Bayern jetzt ja nicht unbedingt so schlecht performt, da mega Punkte mitnehmen, aber wenn du mit dem Selbstbewusstsein aus so einem Spiel kommst, ist das ja auch nochmal was ganz anderes und wir wollen doch nur sehen, dass die Mannschaft alles gibt, dass sie performt, dass sie im Endeffekt das umsetzt, was sie kann, wenn es dann nicht reicht, dann ist es so, aber da haben wir ja auch, denke ich, da genug zu Antwerpen schon gesagt, da ist sie mit Sicherheit was drin, wenn die Spieler an ihre Leistungsgrenzen gehen. Genau, die sollen einfach ein geiles Spiel abreißen, am besten gewinnen, dann sich jeder am Ende noch eine belgische Waffel holen und dann ist doch gut. Und du hast es gerade eben angesprochen, Seelenheil und für die Fans und vielleicht sehen wir ja sogar im nächsten Heimspiel, was ja dann erst nach dieser Länderspielpause ist, ganz viele Fans im Stadion, man munkelt von einer Zahl von 40.000. Marvin, was ist das denn? Genau, also das ist der Plan, zumindest der Eintracht, die das jetzt, glaube ich, ans Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt geschickt haben. Also es ist ein Antrag auf 40.000 Zuschauer für das nächste Heimspiel gegen die Hertha. Übrigens, ihr habt eben darüber gesprochen, bei dem, das nächste Heimspiel, wir brauchen das ja nicht richtig krass, das nächste Spiel in der Liga, brauchen wir nicht richtig thematisieren, da geht es gegen die Bayern, das da wollte ich übrigens noch dazu sagen, dass ich das finde, es sind Spiele ohne klaren Wert, da ist es so, dass wir uns nicht abschlachten lassen sollten, deswegen für mich ist wichtig, dass wir gegen Entwerpen was holen und dann das Bayern-Spiel müssen wir dann getrennt betrachten, aber dann für das nächste Heimspiel und das ist nämlich ein Knackerspiel gegen die Hertha, das ist eine Mannschaft, die sich aktuell nicht in guter Verfassung befindet, wo viel nicht läuft und da ist es natürlich richtig geil, wenn wir es hinbekommen, 40.000 Leute ins Stadion zu bekommen und das ist der Antrag, den die Eintracht jetzt gestellt hat, was gleichzeitig nahezu eine Vollauslastung wäre für die Stehplätze im Heim- und Gastbereich und das hat die Eintracht sich so vorgestellt, dass sie gesagt hat, im Endeffekt machen wir 95% Geimpfte und Genesene, also 2G-Regelung und 5%, das sind dann ca. 2000 in 3G-Richtung. Also man versucht, beide Lager irgendwie hinzubekommen, beide ins Stadion zu bekommen und das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Aktuell hat das Gesundheitsamt Frankfurt sich noch nicht dazu geäußert. Es gab ja aber im Vorfeld schon die Möglichkeit, dass man gesagt hat, ja, man könnte auch 31.000 machen, das ist jetzt die nächsthöhere Stufe. Mal gucken. Aber ich finde es ambitioniert von der Frankfurter Eintracht und es spielen viele Faktoren damit rein, dass es irgendwann wirklich wieder zu 40.000 werden, aber das würde natürlich auch gleichzeitig bedeuten, je mehr wir an die komplette Vollauslastung kommen, je weniger Gründe gibt es dann überhaupt noch für alle Beteiligten nicht hinzugehen. Ich vermute mal, dass es dann so ähnlich sein wird, dass eben die Getesteten eher wahrscheinlich auf den Sitzplätzen zu finden werden und dann wahrscheinlich die Zweigeregel, vermute ich jetzt mal, ich habe den genauen Antrag nie gesehen, wahrscheinlich eher dann für die Stehplätze und so weiter sein wird, weil du da ja dann nur sehr schwer Abstand und so weiter dann einhalten kannst, vermute ich jetzt mal. Keine Ahnung, müssen wir abwarten, also es muss ja auch erst mal durch und dann geht es in die nächste Runde, aber natürlich ist der Versuch einer immer weitergehenden Komplettauslastung auch ein Zeichen, dass man alle möglichsten Leute auch abholen will. Blick hier natürlich geht auch in die Ultras. Ich bin gespannt. An sich wäre es natürlich auch erst mal etwas, ein ambitioniertes Ziel überhaupt wieder, 40.000 in Stadion zu bekommen. Zuletzt waren es 25 als Maximum und auch, glaube ich, auch da schon ambitioniert und jetzt wäre halt die nächsthöhere Stufe. Aber ich glaube halt auch, dass mit einer weitergehenden Gewöhnung auch der Fall eintritt, dass man merkt, ach guck mal, die gehen auch alle ins Stadion, jetzt geht der auch ins Stadion. Oh naja, gut, okay, da hätte ich jetzt vielleicht doch mal Lust. Also für die Leute, die beispielsweise auch noch ein bisschen Skrupel haben, noch ein bisschen Angst haben, sich vielleicht noch nicht so trauen durch die ganze lange Zeit, die anderthalb Jahre, wo man eher zu Hause war, kann sein, dass das eine mit reinspielt. Ich will es auf jeden Fall nicht ausschließen, aber die Eintritt bleibt da zumindest aktiv, muss man sagen. Was ich aber in dieser Situation halt auch noch interessant finde, ist die Tatsache, dass die Ticketpreise schon ziemlich ordentlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, da gab es ja doch einige Leute, die das nicht so gutiert haben, dass natürlich hatten wir ja sonst ja auch viele Möglichkeiten, im Steher sich Tickets zu holen und die Stehplätze sind ja relativ günstig. Aber beispielsweise ist es ja so, dass Dennis und ich, wenn wir jetzt Karten haben wollen, würden, wir haben, Dennis hat ja auch Ultras Karten und da ist es so, dass wir das aber nicht über die Ultra-Mitgliedschaft, sondern, also beziehungsweise ja doch über die Ultra-Mitgliedschaft diese Dauerkarte holen, sondern ja nur mit unserer Mitgliedschaft. Und mit der Mitgliedschaft hast du Anspruch auf andere Tickets und nicht zwingend auf deine, die du sonst hattest und das waren ja so die günstigen Stehplätze und dann musst du bei den Sitzplätzen gucken und bei den Sitzplätzen hast du gleichzeitig auch eine andere Verteilung und auch eine höherklassige Verteilung, also höherpreisige Verteilung und dadurch, dass deine Dauerkarte dann da nicht mit drauf geht, weil wir ja nicht mit Dauerkarte uns die auswählen können, ist der Preis dann ein Stück weit höher. Genau, und ich finde es natürlich auch ein bisschen intransparent ist es, weil, also ich kann nicht immer gucken, wie ist der Preis, ich habe von Tickets bis zu 80 Euro gelesen und da muss ich natürlich sagen, das muss mir ein Spieler noch erstmal wert sein. Hast du recht, auf jeden Fall. Leon schreibt auch gerade passenderweise in den Chat, 83 Euro, um sich ein 1 zu 1 anzuschauen. 83 Euro ist schön, ja. Also ich muss sagen, mit die ermäßigten, glaube ich, oder die generell günstigsten Tickets waren meine ich 15 Euro, wenn ich mich recht erinnere, das ist natürlich super gewesen, die sind aber tatsächlich, sobald du das Vorkaufsrecht hast, innerhalb musst du, glaube ich, 10 Uhr oder wann das freigeschaltet wird, musst du sofort eigentlich am PC sitzen und refresh. Papier, wir wissen alle, wie das mit Ticketverkäufen bei der Eintracht ist, also das wird dann irgendwie so 13,30 oder so. Sagen wir es mal so, nein, das war wirklich, das war wirklich erstaunlich, wie schnell, also 20 nach 10 war tatsächlich, die günstigsten Kategorien waren weg, nächste Kategorie war dann irgendwas um die 31 Euro, glaube ich, was dann kam für, ja, im Endeffekt, da siehst du schon, es ist, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das ist noch ein Preis, der ist noch okay, wenn ich jetzt hier 83 Euro natürlich höre, ist das natürlich schon, wow, wird aber wahrscheinlich dann auch der Bereich sein, Mittellinie, wie auch damals, haben die Tickets da ja schon 65 Euro oder sowas gekostet, also ich glaube, so viel Aufschlag ist da, glaube ich, gar nicht da, ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Das ist schon 83 Euro für eine Fußballkarte, also ja. Also ich würde zu viel, es ist echt viel Holz. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass man oftmals ja gar nicht eine großartige Auswahlmöglichkeit hat, wenn du eine Auswahlmöglichkeit hast, dann ist das ja nochmal eine andere Sache, dann entscheidest du dich ja proaktiv dafür, dass du halt eine 83 Euro Karte nimmst, weil du dann vielleicht dort auch besser siehst. Das Problem ist ja, dass du je nach Minuten, wann du dann reinkommst, wann du die Möglichkeit auf den Ticketzugriff hast, dann nur ein beengtes Kontingent angeboten bekommst. Völlig richtig, Mavi. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die ich echt nur schwierig zu vereinbaren finde, weil 83 Euro, liebe Lehren, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du da sagst, Alter, das ist mir aber jetzt schon ein bisschen zu viel. Ich finde das absolut krass und das ist etwas, da muss die Eintracht nochmal nachgucken. Also sie wollen ja auch nicht dem Vorwurf einer, ja, wie soll ich sagen, anders wieder das Geld reinholen, was ihnen durch die geringe Anzahl oder die geringe Auslastung flöten geht. Zu diesem Vorwurf wollen sie sich mit Sicherheit nicht aussetzen. Also keine Ahnung, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, klar. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich auch so ein Zwiespalt, in dem du bist. Du weißt, du hast nur eine gewisse Anzahl von möglichen Tickets, die du verkaufen kannst, die ja deutlich unter dem ist, was du halt sonst normal bei Heimspielen hast. Und du willst auch natürlich jetzt nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen bleiben, weil die Öffnung des Stadions an dem Tag ja auch schon mal einen gewissen Kostensatz mit sich bringt. Also aus einer wirtschaftlichen Sicht musst du halt irgendwie mal mindestens da auf demselben Niveau liegen, idealerweise halt ein bisschen drüber, sonst macht es halt eigentlich wieder wenig Sinn. Aber auf der anderen Seite willst du jetzt auch die Fans nicht total irgendwie vor den Kopf stoßen, weil du ja dann auch gerne hättest, dass die Fans wieder die Rückkehr ins Stadion finden. Also ist schon so ein Spagat-Ding. Ich möchte das nicht entscheiden, ganz ehrlich. Wisst ihr denn, ich habe jetzt ja bei den letzten Spielen, es war ja am Ende nie ganz ausverkauft. Also jetzt zum Beispiel am letzten Spiel waren es glaube ich statt 25.000 24.000, die im Stadion dann wirklich waren. Aber wisst ihr, ob das eher daran lag, dass einfach die Tickets kompliziert, Leute fahren dann auch nicht an dem Tag spontan hin und kaufen es noch an der Tageskasse und es ist einfach untergegangen oder könnte es auch damit zusammenhängen, dass eben das Einzige, was noch übrig ist, sind dann Tickets für 83 Euro sind. Ich weiß nicht, wie viel Kontingent das dann. Das kann natürlich so ein Punkt sein, dass das dann halt einfach die Tickets sind, die dann noch irgendwie übrig bleiben, wo du vielleicht auch, wenn du keine Dauerkarte hast, dann auch überhaupt nicht in die Möglichkeit von irgendwelchen Subventionen irgendwie reinkommst. Möglich, ja. Dann vielleicht auch immer so ein bisschen der Punkt, man ist es halt ja schon auch, oder viele haben es in der Vergangenheit so getan, dass sie natürlich auch mit so einem festen Trupp von Leuten ins Stadion sind, dann hast du eben eine begrenzte Anzahl von Karten, dann will vielleicht auch nicht jeder, kann nicht jeder, weil sich nicht jeder die 83 Euro leisten kann oder vielleicht auch 60 oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Preis auch einen Anteil dann daran hat. Ja, und trotzdem muss man auch sagen, dass durchaus das Stadion schon, also zumindest gegen Fenerbahce, ausgelastet war, dass dann der Blog dann beschlossen hat, nicht reinzugehen im Steher, das ist ja nochmal eine andere Sache, die Tickets wurden aber verkauft. Also insofern, da war es schon ziemlich, ziemlich voll. Ja, ja. Nee, stimmt. Danke, Mavi, nochmal. Ja, klar, logisch, das muss man natürlich nochmal getrennt von sehen. Ich weiß es nicht, vielleicht wurden auch die Karten gegen Köln gekauft und die Leute sind einfach nicht hingegangen. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass 24.000 da waren und es ist ja eigentlich die Regelung 25 dürfen. Ja. Leon schreibt gerade noch als Ergänzung in den Chat, dass es natürlich auch unterschiedliche, wie hat er es hier genannt, Attraktivitätsklassen für die Spieler gibt und dass man das Spiel gegen Dortmund, gegen Köln zum Beispiel, höher eingestuft war, als glücklicherweise das Spiel gegen Augsburg. Da seien die Karten günstiger gewesen. Ich glaube, das ist auch das Minimum, was man erwarten kann, dass die Karten gegen Augsburg günstiger sind. Absolut. Ja, klar, Spitzenspielzuschlag. Aber wie gesagt, bleibt spannend in dieser Richtung, auch dementsprechend, wollte ich das auch nochmal thematisieren mit den Preisen. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Einfach extrem hoch und wenn wir sagen, wir wollen auch Familien aktivieren, die ins Stadion gehen, dann ist das ein gewichtiger und relevanter Teil, dementsprechend das auch familienkonform zu halten. Und wenn du dann mit drei Leuten ins Stadion gehst und Pech hast, dass du nur diese Kategorie zugelost bekommen hast, Alter, dann hast du ordentlich viel Geld am Start und hast noch nichts getrunken und nichts gegessen. Also du musst ja nicht im Stadion essen. Aber zu einem 1-1 gezittert. Ja, ja, genau. Und das steht natürlich auch im Missverhältnis. Wir reden halt immer über diesen kompletten Fußball-Hype, geile Stadion, dies, das und so. Alles schön und gut. Aber die Eintracht muss natürlich auch irgendwann mal sehen, dass sie dem Anspruch auch von Fans irgendwann wieder gerecht wird und die Leistung insofern auch, die sie an Ansätzen zeigt, auch in Punkte transformiert, dass du auch mit einem Sieg wieder heimgehst. Und dann zündest du schnell was an. Ja, also es sieht ja momentan, wir haben jetzt Ende September, sieht ja momentan so aus, als würde das alles noch eine Weile dauern. Aber wenn das dann erstmal wieder läuft, ist das ja so ganz gut. Aber es dauert wohl alles noch ein wenig. Aber das wollten wir thematisieren. Genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich bin mal gespannt, was das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt dann jetzt dazu sagt, wie das mit diesen 40.000 weitergeht und wie das Konzept dann angenommen wird und vor allen Dingen, wie das dann auch von den Fans angenommen wird. Ist ja auch nochmal so ein bisschen der Punkt. Und vielleicht finden wir uns dann damit auf einem sehr guten Weg Richtung hoffentlich irgendwann wieder Vollauslastung im Stadion. So. Wollen wir über die Bayern sprechen? Nee. Ich finde, es macht keinen Sinn. Nee, es ist einfach Quatsch. Wir wissen ja noch nicht mal genau, wie das Spiel gegen Antwerpen ausgeht. Und alles andere ist halt irgendwie, keine Ahnung, Glaskugel gucken. Ich meine, dass die Bayern momentan... Glasnarkugel gucken. Glasnarkugel, ja. Oh, meine Güte. Du hast aber ganz schön viel... Ich bin Lack geschnüffelt. Ja, ich habe Lack geschnüffelt und zu wenig Kaffee getrunken und dann passiert das. Ich bitte um Verzeihung. Ich meine, es ist schon krass, dass du siehst, dass die Bayern halt nach anfänglichen Schwierigkeiten schon wieder ins Rollen kommen. Natürlich jetzt gegen Fürth auch einen relativ dankbaren Gegner gehabt. Ja, das ist richtig. Aber das ist schon traurig, dass es keine wirkliche... Konkurrenz. ...hundertprozentige Konkurrenz gibt. Aber die Bayern, die werden wir gerade auswärts nur schwer aufhalten können. Die letzten Ergebnisse, die wir in München abgeliefert haben, die waren alle samt, ja, furchteinflößend. Deswegen mache ich mir da auch keine Hoffnung großartig. Und es ist auch nicht das, wo die Eintracht... Also wenn jemand sagt, ja, man muss nicht hundertprozentig darauf gucken, dann ist das Spiel gegen die Bayern. Das Spiel danach, die Woche danach wird extrem wichtig. Weil wenn wir jetzt natürlich... Die nächsten zwei Spiele werden halt schon knacker. Natürlich, ja klar. Wenn du jetzt guckst, wenn du jetzt gegen Antwerpen verlierst und dann hast du dann noch eine negative Phase in München, dann stehst du plötzlich irgendwie schon mit einem gewissen Druck gegen die Hertha. Aber du musst dich davon freimachen. Gegen Antwerpen jetzt siegen, dann ist fast egal, was gegen Bayern passiert. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere kreative Spieler gegen die Bayern sogar leichteres Spiel hat, als gegen Mannschaften, wie gegen Köln, die relativ eng stehen, die anders bissig sind. Das könnte positiv wirken, aber das müssen wir alles noch abwarten. Ja, ja. Also Bayern werden sich mit Sicherheit nicht hinten reinstellen, zumal es ja auch für die ein Heimspiel ist. Von daher lassen wir das mal auf uns zukommen und machen die heutige Folge dann auch ein bisschen kürzer und kommen mal noch zu den Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, und ich fange jetzt einfach mal an. Der Marvin ist hier noch am tippen und dann kann der Dennis noch einen Moment überlegen, was er vielleicht empfiehlt. Ich war am Wochenende bei der Wahl, der Bundestagswahl, ihr erinnert euch vielleicht noch, ist noch nicht so lange her, wieder als Wahlhelfer unterwegs und ich bin von verschiedenen gefragt worden, wie das denn geht und möchte deswegen hier die Gelegenheit nochmal nutzen, Werbung zu machen, für das nächste Mal doch Wahlhelfer zu werden. Also nur nochmal, damit es allen da draußen bewusst ist, diese Wahlen, die da in regelmäßigen Abständen stattfinden und die ein sehr wichtiges demokratisches Instrument sind, können in erster Linie deswegen nur stattfinden, weil es Menschen gibt, die sich auf freiwilliger Basis an einem Sonntag für mehrere Stunden in einen unter Umständen schlecht belüfteten Raum setzen, damit dort Stimmen abgegeben werden können. Also das sind in den seltensten Fällen irgendwelche Menschen, die da hohe Gelder dafür bekommen. Es sind oftmals natürlich Menschen, die bei der jeweiligen Stadt arbeiten, aber auch die kriegen halt entweder einen Tag Urlaub dafür oder halt so ein kleines Entschädigungsentgelt in Form von 30, 35 Euro und ansonsten passiert das halt alles freiwillig. Ist aber ein wichtiger Job und macht auch Spaß, diesen Prozess mal mitzuerleben und weil ich wie gesagt gefragt worden bin, wie man Wahlhelfer werden kann, ihr könnt euch einfach mal auf der Webseite eures Wohnortes, die meisten Wohnorte sollten irgendwie sowas haben, also Städte, in denen ihr lebt, gibt es meistens so einen Punkt Wahlen und dann kann man sich einfach in so eine Wahlhelferliste eintragen und dann wird man irgendwann, wenn wieder Wahl ist, vor der Stadt meistens angerufen und gefragt, hätten sie Zeit und Lust und dann kann man sagen ja und dann kriegt man dann so eine Art Einberufungsbescheid, so heißt es tatsächlich, dass man als Wahlhelfer einberufen wird, also ist nicht Bund, sondern Wahlhelfer und ab dem Zeitpunkt ist es dann auch verpflichtend, also das ist dann tatsächlich auch ein Ehrenamt, was man annehmen muss und soll, deswegen wird man vorher gefragt und dann könnt ihr Wahlhelfer werden und das tut auch gar nicht weh, das macht ganz viel Spaß und man kann schöne Fußballbücher lesen, ich habe am Wochenende mit dem Martin-Hinter-Egger-Buch angefangen zum Beispiel. Du alter Literat, ja das ist doch schön, also erstmal Gratulation an dieser Stelle, echt schön, dass du es machst und vielen Dank für deinen demokratischen Beitrag. Genau und Dank an dieser Stelle auch an alle anderen Wahlhelfer da draußen, wenn ich das richtig gelesen habe, haben bekannte Twitterati von uns aus Hamburg auch als Wahlhelfer mitgewirkt, also von daher danke an alle Wahlhelfer und Wahlhelferinnen, die solche Prozesse möglich machen. Super gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Marvin, was hast du denn an Empfehlungen da für uns? Ich habe eine andere Empfehlung und zwar eine Empfehlung, die sich wieder an den Fußball, den wir ja hier öfter sprechen, richtet und zwar ist es so, dass wir ja momentan ein unfassbares Wirrwarr haben an rechte Konglomeraten, an derjenige streamt, da siehst du die Eintracht, aber nur wenn du denen das Abo abschließt und so weiter und so fort, das versteht man ja kaum und auch deswegen wurde sich gedacht, was könnte man mal tun und zwar haben wir jetzt gesagt, dass mit Fußball 2000, ihr kennt das Format vielleicht, ist es so, dass wir den Audio-Livestream zu dem Spielen morgen kommentiert von Philipp Hofmeister 90 Minuten live auf Fußball 2000 haben, das heißt also für all die Leute, die entweder kein Abo bei TV Now haben, die keinen Bock auf TV Now haben, die vielleicht nebenbei irgendwie andere Dinge tun, daddeln beispielsweise und sagen, naja komm, mir reicht auch der Audio-Stream, kommentiert von Philipp Hofmeister live bei Fußball 2000, kostenfrei, kostet euch nix, einfach anmachen und zuhören, daran arbeiten wir übermorgen, ich glaube, ich habe morgen gesagt, aber es geht um Donnerstag, genau, Donnerstag, Fußball 2000, Eintracht Frankfurt gegen Royal Entwerpen, Fußball, live, ganz geil. Und es hat auch so ein bisschen Retro-Filling. Sehr gut, finde ich cool, finde ich echt cool, auf jeden Fall, gute Sache. Gut, was habt ihr noch an Empfehlungen? Ich habe noch eine Empfehlung und zwar ist es ja tatsächlich wohl am Donnerstag, wenn ich es richtig gesehen habe, endlich soweit, dass der neue James Bond mal ins Kino kommt und dementsprechend sage ich, geht mal wieder ins Kino. Keine Ahnung, ob es... Nicht am Donnerstag? Ja, gut, nach dem Spiel kommt. Nicht am Donnerstag ins Kino gehen, da müsst ihr entweder das Spiel gucken oder das Spiel hören, wie wir gerade von Marvin gelernt haben. Ja, aber danach geht es danach ins Kino. Also ich sage mal 1845, du hast ja schon die grauenvolle Anpfiffzeit genannt, da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Vorstellung, die ihr danach besuchen könnt. Der Kinobetreiber eures Vertrauens wird sich auch über euren Besuch freuen. Ich glaube, das ist immer noch alles ziemlich angespannt und dementsprechend... Also wie gesagt, die Kritik war ja bis jetzt ganz gut. Ich bin auch ein Freund der James Bond-Reihe und bestimmt nicht schlecht. Ich muss ja zugeben, ich habe so ein bisschen gefremdelt mit Daniel Craig als James Bond. Am Anfang auf jeden Fall. Also ich meine... Daniel Craig. Er ist auf jeden Fall noch nicht so schlecht wie George Lazenby als James Bond. Der ging überhaupt nicht. Aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, aber mittlerweile mag ich die Bond-Filme mit ihm tatsächlich sehr gerne. Ich bin tatsächlich auch gespannt auf diesen und habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, verdammt. Tatsächlich. Tatsächlich. Aber ich freue mich... Ja? Ich freue... Meine Güte, es gab hier technische Schwierigkeiten. Ich wollte nur sagen, ich freue mich auch. Ich habe schon Tickets für Samstag, schön abends Kino. Sonntag. Für Sonntag, schön abends Kino und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Endlich wieder James Bond. Ich bin ja so ein alter James Bond-Freund, also insofern kann ich deine Faszination durchaus teilen und hoffe, Selbeke enttäuscht uns beide nicht. Was ist denn dein Lieblings-Bond-Film von allen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich lasse mich da ja immer sehr berieseln. Oh, das müsste ich... Oh, das müsste ich mal überlegen. Gib mir mal eine Minute und ich sage es dir gleich. Ja, dann sage ich meine zwei. Also ich habe tatsächlich zwei, zwischen denen ich so ein bisschen schwanke. Das eine ist... Bin ich jetzt gespannt. ...Leben und Sterben lassen mit Roger Moore und das andere ist Goldfinger. Oh, Goldfinger ist stark, ja. Goldfinger ist tatsächlich auch so ein Film, bei dem ich, ja, wahrscheinlich, könnte man fast sagen, irgendwie so groß geworden bin. Ich habe die Filme früher immer mit meinen Eltern zusammen geguckt und wir haben dann immer schön auf der Couch gesessen und haben uns diese Filme gegeben. Ich muss ehrlich sagen, ich mag sehr, sehr viele Filme. Ich fand Spectre auch ganz cool im Endeffekt. Ja, das hat mir schon, so einen neueren Film hat mir auch gut gefallen und ich muss aber auch sagen, ich war ein Freund, ich bin auch ein Freund von, ein bisschen kitschig, aber Goldeneye, fand ich schon ganz cool. Ja, lässig, ja. Am besten war das Computerspiel noch, Marvin. Alter, das Computerspiel war der absolute Wahnsinn. Das war doch ein N64-Computerspiel. N64-Computerspiel. N64-60, ja. Ja, fand ich richtig gut und ich fand halt auch Pierce Brosnan grundsätzlich als James Bond, das war schon nicht so schlimm. Ja, also wie gesagt, es gab schlechtere Bot-Darsteller, definitiv. Also es gab ganz schlechte. Ganz schlechte. Gehe ich voll mit euch, also alles, alles perfekt. Aber nein, also deshalb, man muss ja, Marvin, ich finde es auf jeden Fall prima mit der Audio-Geschichte, das ist, ja, hoffen wir mal, dass wir dafür dann auch entsprechend trotzdem auch eine Entwicklung bei RTL Now oder TV Now oder wie auch immer der Quatsch heißt sehen. Denn es war ja der absolute Graus das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, gibt es denn da schon Neuigkeiten, ob man es denn mittlerweile dann vielleicht auch auf dem TV streamen kann oder wenn wir wieder hier mit Tablet und Handy und eventuell kann man es dadurch dann auf spiegeln auf dem Fernseher. Nein, da hat man jetzt noch gar nichts irgendwie, dass noch mal irgendwie viel war, was man jetzt ausprobieren konnte. Nee, habe ich nichts von gehört, kann ich dir leider absolut nicht sagen. Weil das war ja der absolute Kracher. Also für die Besitzer von einem Apple TV, da gibt es ja eine eigene App, die funktioniert tatsächlich auch, da war schon wieder tatsächlich, die funktionierte ganz gut, die ist zwar vom Menü, von der Menüführung her so ein bisschen eklig, man muss da irgendwie 48 mal klicken, bis man hinkommt, aber wenn man mal da ist, dann hat es zumindest bei mir relativ problemlos funktioniert. Ich hatte das probiert über den Apple TV, ich habe es nicht gefunden tatsächlich und habe dann eben es am Handy angemacht und habe es über Airplay gespiegelt sozusagen. Ja, das hat dann funktioniert, aber es war total umständlich und habe gedacht, das kann doch nicht sein, die App, aber ich konnte es nicht finden, also es war bei mir nicht in der Anzeige. Ja, ich sage ja, nee, in der Anzeige auch nicht, du musstest es irgendwie dann suchen und dann musstest du den richtigen Suchbegriff finden, also nach Frankfurt suchen hat auch nicht so richtig funktioniert, also ich weiß nicht, wer da irgendwie die Schlagworte in der Datenbank verteilt hat, der war, weiß ich nicht, so ein bisschen kompliziert. Also hoffentlich kleine Fehler oder besser, noch besser, wie Marvin Fußball 2000 einfach anmachen und dann alle Probleme gelöst. Genau, einfach dem Kollegen Hof alles dazuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, der baut da auch den einen oder anderen ziemlich flachen Witz wieder ein, von daher sollte man, ist das eine gute Alternative, sagen wir es so. Ja. Alrighty, dann würde ich sagen, haben wir es doch für diese Woche geschafft. Wir sagen danke an allen da draußen, die live zugehört haben oder das aufgezeichnete hier gehört haben. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. Nicht nach Anwerpenfahrt, möchte der Marvin noch was sagen. Genau, mir ist aufgefallen, für diejenigen, die jetzt noch durchgehört haben, das müssen wir demnächst mal früher sagen, wenn ihr uns gerade auf Spotify hört, es gibt ja einige, die uns bei Spotify hören, freut uns, finden wir cool, abonniert uns dort. Also lasst ein Folge-Ich dort, hat, denn das hilft uns tatsächlich durchaus, jetzt habe ich auch mal tatsächlich gesagt, in der Gesamtbewertung bei Spotify. Also, ein letzter Satz noch, that's it von mir, schönen Abend noch. Genau, so, und damit machen wir jetzt endgültig Schluss. Falls ihr nach Antwerpen fahrt, viel Spaß dort, feuert die Mannschaft ordentlich an. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche, einen schönen Fußballabend am Donnerstag, ein hoffentlich nicht ganz so zerlegenes Spiel am Wochenende gegen die Bayern und dann werden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise mit einer Rückschau wieder melden. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 Outro